Bezirkspokalspiel der B-Jugend in Lindau. Der Gewinner kommt eine Runde weiter. Zweimal 40 Minuten wird hier gespielt. Danach müssen die Spieler ab unter die Dusche. Doch das Wasser ist nach wie vor kalt. Die Stadt spart Energie. Unter den Sportlern regt sich Widerstand. Tatsache ist, dass was im Sommer vielleicht noch ganz nett ist, ist im Winter schon mal eine halbe Katastrophe. Und man muss ja auch bedenken, das Wasser ist in der Leitung im Sommer noch so um die 15, 16, 17 Grad warm. Im Winter sind das nur noch sieben oder acht. Und dann ist das einfach aus meiner Sicht kein Spaß. Die Spielvereinigung Lindau, hier in Schwarz, geht mit 3 zu 1 in Führung. Die Gäste der Spielgemeinschaft Westallgäu haben noch eine Halbzeit, sich wieder ranzukämpfen. Auch sie müssen nach dem Spiel unter die eiskalte Dusche. Seit dem Sommer ist das so. Mit der Gas-Not-Verordnung der Bundesregierung hat die Stadt das Warmwasser hier abgestellt. Eine Zumutung finden mehrere Vereine und auch die Fußballer. Die Bedenken gehen dahingehend, dass uns schon die ersten Eltern informiert haben, dass sie ihre Kinder nicht schicken werden, wenn die anschließend nicht duschen können. Sondern dann mit dem Fahrrad oder abends nassgeschwitzt nach Hause müssen in der Kälte. Einige Eltern sagen, das ist vorprogrammiert, dass es dann eine Dauererkältung gibt den ganzen Winter über. Und dann sagen sie ganz klar, dann werden wir euch die Kinder nicht zum Training und nicht zum Spiel schicken. Deshalb haben sie der Stadt jetzt angeboten, nur kurz zu duschen. Die Hallensportler wollen weniger heizen als bisher. Im Gegenzug erhoffen sie sich warme Duschen. Die Stadt Lindau will 20 Prozent Energie einsparen. Betroffen ist auch die Stadtverwaltung selbst. Hier zeigt man sich gesprächsbereit. Durchlauferhitzer für das Duschwasser in Vereinsheimen könnten eine Option sein. Ich will da gerne entgegenkommen und die Dinge ermöglichen, damit unser Vereinsleben und das gesellschaftliche Leben weitergehen kann. Weil da sind wir schon genug gefordert. Aber es wird auch weiterhin Komforteinschränkungen brauchen. Und aus meiner Sicht sind es primär Komforteinschränkungen. Ich finde, das muss man auch sich bewusst machen. Das Spiel der B-Jugend ist inzwischen abgepfiffen. Es geht in die Kabinen und ab unter die Dusche. Nur ein paar wenige aus der Mannschaft trauen sich heute und das kalte Wasser. Immerhin sind die Spieler nach gut einer Stunde Sprints über den Rasen ordentlich aufgeheizt. Tut auch gut nach dem Spiel oder nach dem Training. Aber Winter, heißes Wasser wäre besser. Übrigens hatten die Gäste aus dem West-Algäu davor das Spiel noch auf ein 3 zu 3 ausgeglichen. Ein Elfmeterschießen musste entscheiden. 9 zu 8 hieß es schließlich für Lindau. Trotz kalter Dusche haben die Jungs also einiges zu feiern. Die B-Junzen ans talen. Beziehungsweise 3-6-6-6-6-6-6-7-6-7-6-6-6-6-6-6-6-7-6-6-6-6-7-6-7-7-6-7-5-6-6-6-6-6-7-7-6-6-6-6.